Schauen wir wieder, die Stadtmaschine, Andreas Endlern als erstes aussehen geht, ihm kann nur noch Thomas Elstner folgen, aber auch da liegen schon ein, zwei Fahrradlängen dazwischen. Andreas Endlern auf Position Nummer 1, Position Nummer 2, Thomas Elstner, Falk Hecker auf Position 3 und Peter David auf der 4, die vorne wegfahren, ein eigenes Rennen um Platz 3 und 4, das ist auch ein eigenes Rennen, das führt Falk Hecker an. Tut sich da noch was auf der letzten Gerade, wie es ausschaut, nicht, der Ende gewinnt den ersten Lauf der Süddeutschen Meisterschaften in der Klasse Senior 4.